Gleich ein riesen Stress hier zum Start, weil irgendwie alles nicht richtig funktioniert. Und das an einem Sonntag. Sonntag ist eigentlich tatsächlich der beste Dota-Tag. Und dann zum Start, zum Stress. Eigentlich würde ich natürlich sonntags non-stop-Solo-Cue spielen, aber ich habe mich jetzt hier für ein paar Team-Games überreden lassen. Wo sind denn die Kollegen? Ach da. Tag. Hallo. Tag. Tag. Eigentlich wollte ich ja schönen Solo-Cue machen am Sonntag, aber na gut. Okay, let's go. Nice. Wir sind zu früh. Okay. Genau richtig gemacht. Na. Alles richtig gemacht. Und resolve your differences. Tismani hat er auch noch bekommen. Perfekt. Ja. Naja. Also stirbt zumindest. Und das haben sie auch noch verwendet. Ach scheiße. Da kommt der Bash. Aber kein First Blood. Aber so schön Solo-Cue ist eigentlich nicht gerade ein schönes Spiel. 30 Kills und Assists mit Morphling und vier Tode und dann sind wir trotzdem verloren. Wie groß kluge Menschen im Team. Oh. Bestimmt deine Schuld. Natürlich. Wie immer. Und für den Last Hit. Perfekt. Könnt mich schon wieder ficken hier. Und range gibt's gestackt. Ja. Ah fuck. Bei ihnen ganz knapp. Fullnode. Ja. Können wir gleich mal pullen. Magic be dashed. Ja. Da kommt die Shockwave. wird hier ist ein clausiness. ственно. Da astronaut. Na — Na no na na naa. Na 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 na. Na 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 naa Na. Na 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 na. Zentang. Na 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 na. Na 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 na. Ich bin da gerade eine Clarity reingeworfen, oder was? Ich kann gleich mal wegschießen. Endet ab. Sau. Ich glaube, es hackt. Oh, danke. Dank part in der Mitte. Jetzt haben wir die Kosten. Sehr schön. Hab ich. Okay. Oh, nice. Sehr schön. Sie ist nicht für dich. Können sie es unten mal irgendwie in der Pullen oder stacken? Ja, komm gleich. Oder wir hauen den Magnus kaputt. Das wäre jetzt Level 3, glaube ich. Mal nachgucken. Magnus ist Missing. Ah, jetzt ist er da. Aber Mitte 5 wird jetzt einfach den Schrein benutzen. Wahrscheinlich. Möchtest du gleich mal Pullen? Dann sag mir vorher Bescheid. Sonst neige ich halt recht viel. Dann kommt die Wave. Ja. Solange die Wave-DB ist, muss er eigentlich nicht Pullen. Agnus ist aber noch Missing. 4-2 steht's noch. Passt doch. Nein. Oh nein, verpasst. So ein Quatsch. Was ist da denn los? Reportet. Ja, zu Recht. Erstmal Items zerstören aber. Ja. 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 Wir packen uns die da unten. Magnus geht zur unteren Rune und wahrscheinlich auch zur Bountyr auch, kann ich mir vorstellen. Kannst du das kleine Camper stacken? Okay. Okay. Oh, nice. mag das wieder unten ja kann ich machen Oh, fucker. Okay, das macht der Wäuter. Ich hab uns der Earthshake gespielt ein wenig. Scheiße ist das, was du suchst. Ja, vielleicht. Ja. Jetzt kommt die Kosten. Die Preis ist mir. So, in order that we continue to get better fury timing. 6-6 inzwischen. Ach. Schon geil, einfach so eine Lane zu farmen. Das ist jetzt selten, ne? Das ist jetzt echt selten in letzter Zeit. Früher gab es das echt oft daran. In letzter Zeit ist es furchtbar. Bounty ist unten. Ja. 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 Nein. Okay, Bounty in der AA unten. AA mit der Potion. Wenn wir den AA anspringen, könnte er einfach mal tot sein. Bounty hat eine Ruhe nach unten. Kommen. Ich hab auch Ulti. Müsst ja nur bis Scheid sagen. Du hast Ulti? Du hast gesagt, dass ich ihn benutzen soll. Ne, ich hab ne Frage. Ne, der Earth Shacker. Achso. Ich glaub schon. Hm. Kannst du was? Äh, aber was mach ich eben selber? Bounty ist hier? Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Ich hab' nur noch einen Karten. Ich hab' auch noch gefühlt. Du hast einen Berg. Was? Ich bin auch noch. Und Battlefury könnte ich machen das verlangsamen, aber Battlefury total ist voll scheiße. Na toll. Warte, warte mal. Ich geb dir die Wunde, ähm, Bottle-Bounty-Hard-Mation-Stick. Kannst du viel brauchen, bis dahin fünf. Ups. Hat wieder Ulti. Oh ja, hier spawnen die Hande. Wo ist er? Das ist... Äh, ne, der war irgendwie hier jetzt. Warte mal, ich kann mal... Psch. Okay, ich hätte gedacht er voller uns. Fahr den. Lanzi ist hier. Na, ich komm. Das kann nichts tun. Etwa fünf Gegner. Ja. Ingetrackt. Pusht bei uns zu lang ein bisschen. Also du merkst, dass die runterkommen, wie du Scheiß sagen. Ansonsten. Ja, ein Logos unten. Ja, da wollte er mir einen guten Start. Mh. Ich weiß, dass ich einmal gestorben bin. Ich geh jetzt mal nach oben, vielleicht kann man einen Void töten. Magnus hat Blink und geht Richtung Mitte. Es sind vier Mitte gerade. Okay. Okay. Top Tor kriegen wir auf jeden Fall. Ja, komm mal mit. Okay, mal bitte. Auf jeden Fall, einfach nur mit. Ach. Dann geht weg. Oh, ich300. Uh, ich weiß nicht mehr. A.A. sitzt da. Magnus hat tippelt. Konnte ich nicht kennen. Ne, sind alle da bis auf Invoker. Oh, das ist auch tippelt. A.A.V. Wo ist das hier unten? Ich hätte den Trast. Verrückung. Der Kronut. Brauchhilfe? Nein. Du scheisse. Wo hängt der Invoker rum? Wo hängt der Invoker rum? Nice. Was sind denn die Rune noch da? In der Tat, die nehme ich doch mal. Sieht doch lecker aus. müssen für mich tanken wo geht nicht sagen api ist glaube ich noch was das an meinen manta fertig bevor ich zu viel probiere das sieht schmerzhaft aus am pushen die mitte raus werden müssen vielleicht chasen ich werde jetzt kurz stoppt ja deswegen haben wir oben ein bisschen druck haben auch ein katapult und eine große der wälder standen ich werde krone Zwiebelst du jetzt? Oh, scheiße. Keine Krone. Gibt's auch noch? Oh, scheiße. Keine Krone. Gibt's auch noch? Ich hab gedacht, dass die Shaker reinspringen, ey, ne? So, hier wirst du als nächstes gleich machen? Ich muss erstmal aus dem Erleben, glaub ich, einfach, weil... Kann ja mit Angad anfangen. Ja, kassel. Schon nicht so schlecht, gegen Void und so. Obwohl, ich glaub, Void töte dich dann immer noch, aber... Hm, mit Manta? Kann sein, dass er keinen Mana mehr hat. Ich mein, in der Kono. Ja gut, wenn er nicht jumpt, ich mein, wenn ich ihn jump, wenn du wüsste, darum geht's mir. Ja, ist gut. Dann machen wir das so. Kassel! Oh, haste. Oh, haste. Ich bin getrackt. Und... ... 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 Was ist denn eigentlich? Geht nicht. Shadow Blade innen reinstehen und dann schiessen. Ja, aber dann hast du nur die kurze Duration. Die dreifache kurze Duration. Ich meinst die zweite Duration. Triple Arrow. Doppel. Zweige drauf und zwei kurz. Nein! Jetzt das Track loswerden. Ich kann einfach gleich reingehen. Und was forcen. Ja, warte. Ich kann ja noch mal ein Aero machen. Irgendwas hätte ich über ihn können. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da haben wir keinen AA-Ult hier am Sack. Nein, mein Mann. Nein! Ah, Traum ja auf mich geht. Wer schon mal auf mich rumhackt. Ja, gleich hat das. Ich hab auch keinen Bock auf die Scheiße hier. Was? Dafür ist das PKW ja da. Illusion. So, bisschen Geld rausschmeißen. Kannst du mir auch gerne einen Moonshot kaufen. Gibt's einen Cheese verkaufen können? Ich bleib mal ein Buy-Bag noch. Man weiß ja nie. Aber danach. Sollte nicht lange dauern jetzt. Ja, unten die Rune. Nicht mehr da. Verrückt. Nicht mehr. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja! aufs Nicht mehr! Ich sehe sie ja da alle, wenn dann komm ich auch mal vorbei. Gerade so schön am Farm. Eine kleine YOLO-Action Kommt was raus, was wichtiges? Echo Echo Läuft Ein bisschen Respawn hat das wieder Das ist sehr würfelt Oh Mann, mein Mann Hab Magnus getroffen Nice Auf dem Weg Hier ist ein Schemm auf dem Boden So knapp verfehlt, Alter Der Void kam jetzt da hinten rum Ich will mal jetzt irgendjemand ins Gesicht springen bereit Wenn der Magnus down ist Ja, aber ich hab Error, auf jeden Fall ready Hier ist es schon zu der Fische oder so Wahrscheinlich jump ich den Void Ja, mach mal schon Fuck Triple arrow Triple arrow Ich hab eine Quest erfüllt Ist ja geil Ich glaub ich musste noch einen Moonshot bauen Ja Wow Wow Ach so kann das schon gehen Ich kann erstmal 20 solche Spiele haben Das ist mir völlig wurscht Ich hab 28 Schokis gewonnen Und 20 MMR Was ist das für ne Scheiße Ah, die sind ne geil Ja, das braucht die MMR Ich hab TI rank grad eh 400 MMR mehr Oh Wenn ich mir nur TI rank, ist ja klar Ich hatte dich gefragt Aber da warst du grad deine Zählhänden putzen Wie du geschrieben hast Du hast keinen Battle Pass Was bist du denn für ne arme Wurst Achso Ja Was ist denn da mit unserem Lukas los Ich hab noch keine Zeit für den Battle Pass Der lief jetzt ungefähr 2 Jahre Die 2 Jahre Militär Da hat man echt viel Zeit zum Gamen Ach die Schweizer Ist ja alles neutral Jetzt braucht ein Militär Sie sitzen in einer Bergfestung Ich hab ja auch eine ganz coole Doku gesehen Wo sie sich da irgendwie Sie haben so eine krasse Bergfestung Oder so mehrere Festungsanlagen Ja, da trainieren wir drin zu sitzen Ja, das ist echt voll interessant gewesen Das war ganz schön cool Das ist glaube ich Also sah relativ gut zu verteidigen aus